Du bist Farah's Schariat. Ich bin Filmemacher und Produzent und habe gerade Love by Proxy als Teil einer Anthologien-Serie von Zeitverbrechen auf der Berlinale. In dem Film geht es um? Es geht um eine junge Erbin, um das Ego einsamer, weißer, alter Männer und es geht um das Geschichtenerzählen. Ralf ist? Einsam, Oldtimer, Liebhaber, verliebt und verzweifelt. Betrug und Lügen? Ist weniger interessant als die Gründe, warum man betrügt und lügt. Geld ist scheiße, weil es uns Dinge tun lässt, die wir nicht machen wollen. Liebe ist schwer zu finden, lässt uns verrückt werden und macht Spaß. Das Internet bietet viele Möglichkeiten, sich zu connecten, ist aber auch gefährlich. Der Dreh war? Aufregend, abenteuerlich und kompliziert. Ghana hat eine der besten Küchen, richtig gute Musik und ziemlich nice Locations. Den Trend um True Crime finde ich? Ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen, aber finde ich im Fall von Zeitverbrechen sinnvoll. Genau.